Herzlich Willkommen zu unserem fünften Studium zum Thema Christus und sein Gesetz. Heute haben wir zum Thema Christus und der Sabbat und ich hätte dieses Thema ein bisschen anders übertitelt, nämlich mit einem kleinen Zusatz. Christus und sein Sabbat. Weil nichts was aus dem Gesetz so hervor springt von den zehn Geboten, ist so eindeutig eine Identifikation mit dem, der den Sabbat gemacht hat. Deshalb Christus und der Sabbat sind eine Einheit. Und wieso sie eine Einheit sind, wollen wir in diesem Studium sehen. Der Sabbat ist von allen zehn Geboten ein Gebot, das in seiner Andersartigkeit hervortritt. Und es widerspiegelt etwas, was für uns Menschen heute in dem gefallenen Zustand an sich das Schwierigste und Tiefste ist, das wir verstehen müssen. Was das bedeutet, möchte ich erklären. Wir alle haben gelernt aus der Heiligen Schrift, dass Christus der Schöpfer ist. Wir haben in Kolossa im ersten Kapitel die Beschreibung dessen, dass es nichts in der Schöpfung gibt, was nicht durch Christus gemacht wurde. Kolosse 1, ab Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. So, ich denke, so eindeutig können wir es vielleicht selber in Worten gar nicht fassen, dass Christus der Schöpfer ist. Als er die Welt schuf, schuf er sie in sechs Tagen, man könnte sagen auch sieben, weil er diese sechs Tage Schöpfung einen Stempel, wenn man will, ein Siegel auferlegte und das war ein extra Tag, den siebenten Tag, den er einbaute und mit ihm sozusagen das ganze Werk vollendete. In 1. Mose Kapitel 2, die ersten drei Verse sagen uns, so wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er das machte. Wir haben also gesehen, dass Christus der war, durch den Gott erschuf. Und dass hier von Christus die Rede ist, wenn von Gott gesprochen wird. So, er schafft den Sabbat als Krönung des ganzen Werkes und nennt ihn ein Ruhetag. Er ruhte am siebenten Tage. Das heißt, er beschloss das Werk am siebenten Tage. Für Adam und Eva, die am sechsten Schöpfungstag gemacht wurden, war der Sabbat ihr erster Tag, den sie nach ihrer Erschaffung erlebten. Und es war der Tag, an dem Gott ihnen die wichtigste Lektion beibringen wollte, die sie lernen sollten. Mit der sie damals auch nicht in Konflikte gekommen sind, aber er wusste, dass das der größte Konflikt werden wird in ihrem Herzen. Nämlich, der Sabbat ist der Anbetungstag Gottes. Er sagt dem Menschen, dass er ein Geschöpf ist. Der Sabbat erklärt dem Menschen, dass er ein Wesen ist, das sich selbst erschaffen hat, sondern das ein Resultat ist eines Gottes, das ihn gemacht hat. Und Gott lehrt den Menschen am Sabbat, Adam und Eva, ihn anzubeten. Später, nach dem Sündenfall, wurde der Sabbat zu einer Erinnerung an die Schöpfung und wir werden sehen, auch ein Zeichen für die Erlösung. Aber der erste Gedanke, den wir verstehen sollen in diesem Thema über dem Sabbat, ist seine tiefe Bedeutung für den Menschen. Als Adam und Eva versucht wurden, von dem Baum des Guten und Bösen zu essen, da war die Versuchung mit folgenden Worten gesagt. Vers 5 im ersten Buch Mose Kapitel 3 Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Eines der Dinge, die den Menschen dazu brachten, zu essen von der verbotenen Frucht, war das Bedürfnis, höher zu sein, als sie waren. War die, vielleicht ist das Wort Bedürfnis nicht das beste Wort, aber die Aspiration, die Wow, ich könnte sein wie Gott. Das war die Wurzel der Sünde. Die Wurzel, die in Luzifer entstand, entstand aus der Idee zu sein wie Gott. Und wenn es jetzt nur zu sein wie Gott bedeutet, nämlich seinen Charakter widerspiegeln, dann mag das ja im Sinne Gottes sein. Aber zu sein wie Gott, indem man selbst ein Gott ist, ist natürlich eine völlig absurde Sache, eine völlig unmögliche. so wie wenn eine Ameise sagen möchte, sie will ein Mensch sein. Das mag eher noch möglich sein, wie dass ein Mensch von sich behaupten könnte oder wollte ein Gott sein. so die der Sündenfall trug in sich die Wurzel der Sünde und die Wurzel der Sünde ist selber Gott sein. Deshalb ist der Sabbat ich würde so sagen von allen zehn Geboten, die Gott gegeben hat dem Menschen, welche ja immer von der Liebe sprechen, aber auch von seiner Struktur als Wesen, das Gebot, das herausragend ist und es ist das, was den Menschen in die tiefste Grundlage seines Wesens hineinführt, nämlich ein Geschöpf zu sein. Auf der Suche nach der Wurzel allen Übels im Herzen des Menschen habe ich keine tiefere gefunden als die Idee Ich bin Gott. Und sie ist so tief im Menschen hineingeschrieben, dass der Mensch sie nicht bewusst denkt, aber nicht das, was ich bewusst denke zählt, sondern wie ich handle zählt, weil ich handle entsprechend das, was ich über mich denke. Und die Gedanken unseres Herzens, die Wurzel, wo alles entspringt, ist uns ja nicht wirklich bewusst, wenn wir handeln. So kommt hervor, was da wirklich schlummert, nämlich die Idee, ich bin Gott, deshalb herrsche ich über dich, deshalb muss ich dir befehlen. So wenn der Sabbat eine Bedeutung hat, dann ist es, er muss in das Herz des Menschen die tiefste und wundeste Stelle im Menschen eliminieren. Das größte Hindernis, was im Menschen steckt, ist sein Selbstbewusstsein, dass er Gott ist. Deshalb haben wir gesehen, dass Christus in unseren Herzen sein Gesetz schreiben will und er kam auf diese Erde, um dieses Gesetz zu schreiben in sein Herz, damit es in unsere alle Herzen durch den Glauben auch geschrieben werden kann. Wir haben gesehen, du sollst nicht töten, hat nicht nur die Bedeutung, du sollst nicht töten, sondern es geht in die Tiefe hinein der völligen Gewaltfreiheit dazu, dass man jemanden zu etwas zwingt, das Gute zu tun. Das ist etwas, was in der Tiefe unseres Herzens hineingeschrieben sein muss, sonst werden wir uns immer wieder in einer gewissen Situation über unseren Bruder zürnen. Wir haben gesehen, dass das siebte Gebot des Ehebrechens nicht nur die Tat in dem Verhältnis mit einem anderen Partner ist, sondern es ist schon das Begehren in den Gedanken, sodass Gott muss in unseren Herzen die Treue zu zu unserem eigenen Wort schreiben. Wie wenig Menschen sagen heute ein Wort und halten sich dran, wenn es ihnen zum Nachteil wurde. Wir müssen verstehen, Gott will, dass wir uns an die Treue, an das halten, was wir sagen. und jetzt kommen wir an die tiefste Stelle unseres Herzens. Dort muss eine Wurzel herausgerissen werden, die dort falsch ist. Ich bin Gott. Und an Stelle muss hineingeschrieben werden, ich bin ein Geschöpf. ich bin ein Geschöpf. Das ist das, was der Mensch am meisten, am tiefsten in seinem Wesen verändert werden, das was verändert werden muss in ihm, damit er erlöst sein kann. Deshalb lasst uns schauen, wie Christus den Sabbat als Mensch, nicht mehr als der, der ihn gemacht hat, sondern den Sabbat als Mensch ehrt. Wir befinden uns in der Geschichte in Johannes 5. Hier geht Jesus spazieren am Sabbat und er geht am Teich Bethesda entlang dort in Jerusalem einer Stelle war noch nie in Jerusalem, weiß nicht, wo es genau ist. Dort findet er einen Menschen, der 38 Jahre krank ist, gelähmt. Er kann nicht mehr gehen und stehen und laufen und Jesus heilt ihn am Sabbat und sofort wird Christus angegriffen, dass er ein Sabbatbrecher ist und in diesem Zusammenhang rechtfertigt Jesus sein Handeln. Er versucht nicht unbedingt es zu erklären, er versucht es zu erklären. Und er sagt folgendes in Vers 19 Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, Sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So, in welcher Macht, mit welcher Autorität hat Christus als Mensch, nicht als Gott, diesen kranken Mann geheilt? Er hat es getan aus der Macht seines Vaters, weil er es vom Vater genommen hat. Christus erkennt in dieser Auseinandersetzung vor allen Menschen an und er sagt wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, das ist der Mensch, kann nichts von sich selbst aus tun. Er möchte ihn klar machen, der Mensch ist ein Geschöpf und er als Geschöpf jetzt handelt in völligem Einklang mit dem Gebot des Sabbats, in völligem Einklang mit seinem Vater als Mensch, weil er es nicht aus sich selber heraustut. Im Vers 30 wiederholt er das nochmal, indem er sagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. so Christus identifiziert sich hier als völliges Geschöpf, 100% Mensch und er sagt, ich bin völlig hilflos, aus mir selbst heraus kann ich nichts tun, ich bin kein Gott, ich bin nur ein Sohn, ich bin ein Geschöpf und ich hole die Fähigkeit, die Kraft, das was ich höre, tue ich und was ich den Vater sehe, tun, tue ich, ich bin im Einklang mit dem Vater, weil ich suche nicht meinen Willen zu erfüllen, sondern den Willen meines Vaters im Himmel. So Christus verstand den Sinn des Sabbats, als Mensch. Er hatte ihn gegeben als Gott. Nun war er Mensch geworden und lebte wie ein Mensch in völliger Haltung eines Menschen gegenüber dem Sabbat, nämlich dass er im Einklang war mit dem Willen Gottes. Christus achtete den Sabbat dadurch, weil er wusste, ich bin ein Geschöpf. Dadurch, dass er wusste von seiner Abhängigkeit von Gott, die er nirgendwo anders herholen konnte, außer diese Abhängigkeit von ihm. Hier war der das Gegensatz zum gefallenen Menschen in Sünde. Der gefallene Mensch in Sünde hatte das Sabbat Gebot mit allerlei Traditionen und Dingen bedeckt, um Gottes Gebot zu verbessern, um es noch etwas besser zu machen. Welche Haltung ist das? Ist das die Haltung eines Geschöpfes oder ist es die Haltung eines Schöpfes? Wenn wir uns erheben über das, was Gott klar gemacht hat und entweder machen wir etwas weg oder wir fügen etwas hinzu, beide Handlungen zeichnen uns als Götter aus, weil wir über das, was Gott gesagt hat, uns hinweg setzen, durch zufügen oder durch hinweg nehmen. Und Christus wollte in seinem irdischen Leben als Mensch, dem Sabbat, das außergewöhnlichste Gebot Gottes, das am tiefsten in den Menschen hineindrängt, das ihn offenbart, nicht als Schöpfer, sondern als Geschöpf. Das wollte er durch sein Leben beweisen. So heilt er am Sabbat, so geht er am Sabbat in die Synagoge. Er betet Gott an am Sabbat, so wie jeder andere Mensch auf Erden es tun sollte. er wirkt am Sabbat und handelt nicht wie damals die Tradition es vorsah, sondern so wie er der Sabbat zu halten war. So lasst uns diesen einen Gedanken festhalten. Warum Sabbat? Sabbat ist da, weil wir ein Geschöpf sind. Der Sabbat macht sonst keinen Sinn. Aber wenn der Sabbat zur Seite gelegt ist, dass ein Geschöpf den Schöpfer anbetet, dann macht alles Sinn. Oder nicht? Wir finden in der Heiligen Schrift eine Botschaft, in dem letzten Buch der Bibel. Und da fliegt ein Engel mitten durch den Himmel. In Kapitel 14, Vers 6 und 7. Und dieser Engel fliegt mitten durch den Himmel und wir lesen, und ich sah und ich Evangelium zu verkündigen. Und denen, die auf Erden wohnen, und zwar jeder Nation und jeder Volk stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. So, das Entscheidende an dieser Botschaft dieses Engels, der mitten durch den Himmel fliegt und an alle Menschen spricht, ist, dass er zeigt, Gott ist Richter und der Mensch ist dein Geschafft. Bete Gott an, weil er ist es, dem du Rechenschaft schuldest. Er hat dich geschaffen. Dein Leben ist nicht dein, auch wenn du das Leben kannst und leben sollst. Dennoch gehörst du dir nicht selbst. Die Schrift sagt, keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Du gehörst nicht dir, du hast dich selber nicht erschaffen. Du bist und gehörst einem Schöpfer. Ein Gott muss nicht anbeten, muss er. Ein Gott betet sich an, wenn überhaupt. Aber ein Gott braucht keine Anbetung. Und so tief in unseren Herzen hineingedrungen ist dieses, dieser tiefste Irrtum, in dem der Mensch sich befindet. Ob das jetzt jemand ist, der an die Evolution glaubt, oder weil die Evolution tut ja nichts anders, als zu zeigen, der Mensch hat sich selbst gemacht. Wir sind selbst das, was wir uns gemacht haben. Was so absurd, wie es nur absurd es nicht geht. Und dennoch glaubt es die ganze Welt. Mit großen, in der großen Menge sage ich jetzt nicht die ganze Welt, aber gemessen am Verhältnis glauben auch die, die meinen an die Schöpfung zu glauben, auch noch nicht wirklich, dass sie Geschöpfe sind. Gemacht mit einem Zweck, gemacht mit einem Ziel. Und das muss der Mensch erkennen. Die schwerste Erkenntnis für ihn in meinen Augen, dass ich nur ein Geschöpf bin. Und nur ein Geschöpf muss anbeten. Gott hat uns nicht gemacht, weil er die Anbetung braucht. Nicht, dass wir in die Gefahr kommen, so wie ich eines Tages sprach mit einem jungen Mann, der sagte, ja, Gott hat uns gemacht, weil damit wir ihn anbeten. Habt ihr gesehen, wie Satan das Denken eines Menschen verändern kann, mit etwas Positivem? Das heißt, Gott hat mich gemacht, damit ich ihn anbete. Nein, das stimmt nicht. Ich bin ein Geschöpf. Ich brauche die Anbetung, weil dadurch bekomme ich Kraft. Gott braucht meine Anbetung nicht. Wozu sollte er sie brauchen? Er war vor mir da und er ist immer da. Er braucht mich nicht. Er braucht keine Anbetung, er braucht keine Loblieder, er braucht kein Lob, nichts von all dem braucht Gott. wir brauchen es. Ich als Mensch muss erkennen, ich bin ein Geschöpf, deshalb gehe ich zu Gott und lobe ihn, dass er mir das Leben gegeben hat. Deshalb gehe ich zu Gott und lobe ihn und danke ihm, dass er mir Essen und Trinken und Wärme gibt. Deshalb bete ich ihn an, weil ich in völliger Not bin, dass ich Kraft brauche, um den Zweck meines Lebens zu erfüllen. Meine Anbetung hat nicht den Sinn, Gottes Not zu befriedigen. Satan möchte, dass wir so glauben. Dann haben wir kein gutes Verhältnis zu unserem himmlischen Vater, wenn wir denken, er hat uns gemacht, damit wir ihn anbeten. Nein, es ist in der Sache selbst so, wenn man nur das kleine Kind nimmt oder ein kleines neugeborenes Schaf, es hält sich doch an die Mutter, weil es nicht nur vom Euter sorgen muss, sondern weil die Mutter es lenkt und führt und es abhängig ist davon. Gott hat uns so viele Bilder geschenkt, dass wir verstehen das Verhältnis zwischen ihm und uns. Wir müssen hinter ihm hingehen, weil wir ihn brauchen, aber nicht, weil er uns braucht. Die Schafsmutter oder auch eine Mutter braucht ihr Kind nicht, sie hat davor gelebt, sie war davor genauso fröhlich und glücklich. Sie freut sich natürlich über das Kind, aber das Kind braucht die Mutter, nicht die Mutter, das Kind. so lasst uns das tief hineinsacken, zumindest unseren Verstand und darum bitten, dass Gott es auch in unser Herz schreibt, dass wir abhängige Wesen sind und dass Gott nicht eine Anbetung von uns will, damit er groß hervorkommt. Er braucht es nicht. Gott sagt dem Propheten Namus, ich bin satt euren Lobliedern, ich hasse sie, sie stören mich. Warum sagt er das? Weil der Mensch eine Anbetung bringt Gott, um, ich sage es mal, von gleich zu gleich etwas zu kriegen. Ein Mensch, der Gott anbetet, mit dem Herzen, dass er selbst ein Gott ist, der gibt Gott etwas, damit er von ihm etwas bekommt. Aber er ist sich nicht bewusst, dass er ein Geschöpf ist und Gott absolut braucht. So, wenn es zu einer Erweckung kommen soll, unter allen Menschen auf dieser Welt, dann wird es der Gedanke sein, dann wird es die Botschaft sein, anerkenne, dass du ein Geschöpf bist und dass du Gott brauchst. Anerkenne, dass er dich nicht geschaffen hat, dass du tust, was du willst, in diesem Sinne, dass du die Pflicht nicht erfüllst, zu der er dich geschaffen hat. Nein, Gott hat uns zu einem klaren Sinn gemacht. Dieser Sinn ist durch die Sünde verloren gegangen. Wir dienen nicht mehr der Umwelt, wir dienen nicht mehr unseren Menschen, wir sind nicht mehr Diener, sondern wir sind die geworden, die bedient werden wollen. Ja, wir dienen, um zu bedienen zu werden. Wir tun alles, damit es uns gut geht. Wir tun nicht, damit es dem anderen gut geht. Wir tun nicht, damit es der Schöpfung gut geht. Das muss geendet werden in unserem Herzen, sonst haben wir keine Möglichkeit vor dem Gericht, vor dem am Tag Gottes des Gerichts zu stehen. Nur ein Geschöpf erkennt seine Not nach einem Schöpfer, nach einer Kraft von oben und diese Kraft nimmt es dann, um umzusetzen den Zweck, wozu der Schöpfer ihn geschaffen hat. Nur der Mensch ist weggegangen von seiner Pflicht, weil er sie erhoben hat und wollte gleich sein wie Gott. Das ist eine Unmöglichkeit, dass ein Geschöpf ein Gott wird. Wir haben gesehen, dass Gott sich erniederlassen kann und ein Geschöpf werden kann, aber dass ein Geschöpf ein Gott wird. ist völlig unmöglich. Wie sollte es? Es kann aus sich ja selbst nicht existieren. Nur Gott kann aus sich selbst existieren. Ein Geschöpf kann es nicht. So, das ist ist die erste Lektion, die mir am Sabbat so wichtig ist, dass wir sie lernen. Deshalb ist das Sabbat Gebot auch das umstrittenste Gebot. Dagegen hat Satan schon immer gekämpft. Ob er die Heiden alle gebracht hat, dass er den Sonntag halten und den ersten Tag der Woche zum größten Tag gemacht hat und den Sabbat zum letzten Tag. Das heißt, er ist nicht so das Entscheidende? Ob er dann im Christentum die Menschen verführt hat, zu sagen, naja, Jesus ist am Sonntag auferstanden, damit leben wir in einem neuen Bund, also ist der Sabbat nicht mehr gültig, wir halten jetzt den Sonntag, obwohl nirgendwo in der Schrift von einer Sonntagsheiligung oder von einer Veränderung des Gesetzes geschrieben ist. Ja, es würde gegen Gottes Charakter sein, wo er sagt in Malachi, ich bin Gott und ich ändere mich nicht. So, dieses, diese Auseinandersetzung zwischen Sabbat und Sonntag, aber nicht nur zwischen Sabbat und Sonntag, sondern die, die vorgeben Sabbat zu halten, halten ihn ja auch so nicht, wie sie sollen. Nämlich sie tun die vielen Traditionen hinein und so verunstalten sie den Sabbat, genauso wie die anderen, die ihn völlig ignorieren und sagen, wir sind Gott, wir machen uns einen anderen Sabbat, weil wir es einfach von unserer Autorität her tun können. Wir beten Gott nicht an dem Tag an, den er zur Anbetung gemacht hat, wir beten Gott an dem Tag an, wo wir Lust haben, wo wir denken, richtig ist. So, was ist der Unterschied? Die einen betrügt er mit einem falschen Tag, die anderen betrügt er nicht mit einem falschen Tag, aber er tut sie an dem Tag, den Gott gegeben hat, das zu tun, was den Sabbat bricht, was ihn entheiligt und so sind alle betrogen. Ich hoffe, dass wir das nicht wollen. Ich hoffe, dass wir wieder auf der einen Seite sein wollen, wo wir uns emporheben und sagen, naja, wenn Christus am Sonntag aufgestanden ist, so feiern wir jetzt den Sonntag, dass wir uns da nicht die Tage verwechseln, der Anbetung und dass wir auch nicht an dem Tag, wo, wenn wir ihn richtig haben, den Sabbat, den siebten Tag der Woche, den Samstag, dass wir ihn dann nicht so verhalten, dass er entheiligt wird, weil dann nutzt uns die äußerliche Haltung genauso wenig. So, was macht den Sabbat in unserer Haltung zum Sabbat? Das heißt, womit können wir den Sabbat erfüllen in unserem Leben? Ich möchte auf diesem Kapitel aus dem Leben Jesu, der Jesus Christus, der Ange Jesus Christus, auf Seite 274, es ist das Kapitel Sabbat, ein Zitat lesen, das eine Idee hervorbringt, Nämlich, es nutzt nichts, eine Form einzuhalten. Es nutzt nichts, äußerlich etwas zu tun, das heißt, ich kann äußerlich die Ehe halten und nicht brechen, aber innerlich breche ich sie und ich begehre ich sie und gucke mir im Internet die Bilder an und all das, ich breche sie innerlich, aber ich breche es äußerlich nicht. Das zählt vor Gott nicht, weil es ja nicht aus dem Herzen kommt, es kommt nur von außen, so ein äußerliches Halten und so wie die Opfergesetze gemacht wurden, dass sie ein Bild sind, so wurde auch der Sabbat gemacht, dass er ein Zeichen ist für den Christen. Lasst uns das lesen. Aufs Neue wiederholte Christus die Wahrheit, dass die Opfer in sich selbst wertlos, nur ein Mittel, nicht aber die Erfüllung wären. Ihre Aufgabe war es, die Menschen zum Heiland zu führen und sie dadurch in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. So im Herzen sind wir ja im Kampf gegen Gott und die Opfer sollten ein Bild dafür sein. Allein der Dienst aus Liebe schätzt Gott. Allein der Dienst aus Liebe schätzt Gott. Fehlt diese Liebe, dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis. Wissen Sie, warum ist nur die Liebe das, was zählt für Gott? Weil das ist das, was der Mensch aus Gott heraus tut. Die Liebe kann er nie selber tun. Das heißt, sich selber herstellen. wenn ein Mensch ein Geschöpf ist, dann braucht er das Mittel der Liebe, damit er es anwendet. Er muss es anwenden. Aber es ist ein Mittel, das er selber nicht hergestellt hat. Allein den Dienst aus Liebe schätzt Gott. Feilt diese Liebe, dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis. Genauso ist es auch mit dem Sabbat. Dieser war dazu bestimmt, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott herzustellen. In Eden sollte er also die Gemeinschaft mit Gott herstellen. Der Mensch sollte wissen, ich bin ein Geschöpf. ich muss von Gott holen, damit ich lebe und existiere. Als jedoch das Gemüt der Menschen von lästigen Satzungen in Anspruch genommen wurde, war Gottes Absicht mit dem Sabbat durchkreuzt. Die rein äußerliche Beachtung des Sabbats war ein Hohn und ist ein Hohn für einen jeden. der einen Sabbat hält ohne die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. So, das ist so wichtig, dass wir den Sabbat nicht halten als eine Form. Weil das haben die Juden getan zur Zeit Jesu. Und ich kann mich an meine Kindheit erinnern, wie ich aufgewachsen bin als Adventist, als Sabbathalter. Ich kann mich erinnern, wie viel Verbote wir hatten für den Sabbat. Wir durften keine Frucht pflücken von der Pflanze. Wenn sie auf dem Boden lag schon und abgerissen war, dann durften wir sie pflücken und essen. Wir durften nicht wirklich uns viel bewegen und hatten viele Verbote sozusagen, mussten Stille setzen. Das war für uns alles nicht so das angenehmste. Der Sabbat war für uns nicht wirklich ein Freudentag. er war eher ein Tag, wo wir uns fürchteten vor. Es kommt der Sabbat, dann haben wir angefangen mit Gesang, es war schön, sind in die Gemeinde gegangen, aber es war wiederum sehr schön, wenn wir gucken, wann geht die Sonne unter, dass wir den Sabbat wieder beenden, dass wir endlich aber jetzt können wir wieder tun, was wir wollen. jetzt können wir rennen, jetzt sind wir wieder frei. So hat Gott den Sabbat nicht gemacht und so hat er es auch nicht gemacht mit der anderen Seite, weil ihr wisst, man lebt meistens in Extremen. Die einen, die gehen in die Extremen, dass sie nichts tun, auch kein Feuer oder Licht nicht anzünden im Sabbat und die anderen gehen in die anderen und sagen, es gibt gute für den Sabbat. Wir dürfen am Sabbat tun, was wir wollen. Es ist alles gut. So, ob ich dann am Sabbat Dinge tue, die nicht zum Sabbat sind und breche oder die Dinge tue, die ich denke, sie sind da strikt, ist gleich. Ich breche den Sabbat, Ich tue es nicht, um die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich tue es, weil ich ein Gott bin. Ich wähle mir aus, ob ich in die Extreme gehe, nach links, oder die Extreme nach rechts. Beide Extremen sind falsch. Es gibt Dinge, die am Sabbat den Sabbat entheiligen. und es gibt Dinge, die den Sabbat nicht entheiligen. Das heißt, es gibt Werke, die ich am Sabbat tun kann, die kann ich auch während der Woche tun. Aber es gibt Dinge, die ich während der Woche tue, die für den Sabbat nicht geeignet und richtig sind und den Sabbat entheiligen. So, Christus lebte auf dieser Welt in Einklang mit seinem Vater so handelte er am Sabbat und außerhalb am Sabbat immer in derselben Haltung den Willen Gottes erfüllend. Und er hat am Sabbat nicht seine Schreiner Arbeit gemacht, als er noch Schreiner war. Die hat er am Sabbat abgelegt und ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. So, Jesus machte einen Unterschied von den Arbeiten, die für Sabbat richtig sind und nicht. Es gibt Dinge, die den Sabbattag entheiligen, sowohl wenn ich etwas nicht tue, wie wenn ich etwas tue. Das ist wichtig, dass wir das verstehen und herausfinden, was das ist. die wohl kürzeste und aber tiefgründigste Beschreibung der Sabbathaltung finden wir in der Schrift in Jesaja 58. Jesaja 58 erklärt uns die Grundsätze des Sabbats, die wir ja jetzt schon gesehen haben, nämlich der Anbetung. Jesaja 58 13 und 14 Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tage das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn Ehren wert. Das heißt, du sollst nicht tun, was dir gefällt. Was bedeutet das? Du erkennst mit dem Sabbat, indem du dann nicht das tust, was dir gefällt, dass du ein Geschöpf bist. Du anerkennst den Sabbat als eine Gabe Gottes zur Anbetung Gottes. Du tust also nicht deinen Willen an diesem Sabbat Tag in dem Sinne, dass du arbeitest für die Erde. Adam und Eva sollten arbeiten und die Dinge tun, die Gott ihnen gegeben hat im Garten. Aber am Sabbat sollten sie von dieser Arbeit ruhen und anerkennen, dass sie selbst auch ein Geschöpf sind und die Kraft eines Schöpfers brauchen. Wenn du also wegtust, nicht was dir gefällt, wenn du den Sabbat eine Lust nennst und den Heiligen Tag des Herrn ehren wirst, wenn du ihn ehst, so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst und nichtige Worte redest. Alles ist zusammengefasst. Meine Gänge, wo ich hinlaufe, meine Taten, mein Geschäft, geht es um die Erhaltung des Gartens oder was tue ich am Sabbat und welche Worte rede ich am Sabbat. Alle die Dinge, die zur Anbetung Gottes notwendig sind. Die Gänge, die Taten und die Worte sollten am Sabbat in Anbetung vor Gott gebracht werden. Nicht für mich, nicht für die Belange, für die Aufgabe für dich gemacht bin, sondern Anerkennung meines Daseins als Geschöpf. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen, hat es geredet. so dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen. Das heißt, ihr seht, wer sich vor Gott demütigt als Geschöpf und es anerkennt, den erhöht Gott. Wir finden das durch die ganze Heilige Schrift so. Sabbat halten, wir finden in der Bibel Hinweise, was für Sabbat richtig ist und Sabbat nicht richtig ist. Ganz klare Hinweise. Hier in, aber es findet sich kein Katalog, darf ich jetzt eine Frucht nehmen am Sabbat oder nicht vom Baum? Wie viele Schritte darf ich laufen? Wie viel Bewegung darf ich tun? All diese Dinge sind am Vordergrund angesetzt. Ich muss mich immer fragen, Wofür? Beim Sabbat halten muss ich mich fragen, für wen tue ich es? Und wenn ich es für Gott tue, wenn ich es für seine, wenn ich meine Taten als Anbetung vor Gott sage ich mal rechtfertigen kann, ist das, was ich tue, Sabbat halte. Das heißt, wenn ich nicht nur mit reinem Gewissen die Dinge am Sabbat tun kann, die ich denke Gott Anbetung bringen, sondern ich mich richte nach seinem Wort, dann kann ich den Sabbat nicht entheiligen, sondern dann gebe ich ihm den Wert, den er hat, dann kann ich ihn meine Lust nennen, weil er ist der Tag, an dem ich meine Freude, meine Genugtuung in Gott finde. Aber Gott anzubeten bedeutet nicht nichts tun. Jesus hat gewirkt, auch am Sabbat. Für mich ist der Sabbat auch meistens der schwerst arbeitende Tag, an dem ich also der Tag, wo ich am meisten arbeite, wo ich am müdesten bin danach. Aber alles, was ich tue an dem Sabbat Tag, indem ich das Wort verkündige oder indem ich mit Menschen spreche, indem ich sie hinweise auf unseren Schöpfer und Heiler, dadurch tue ich ja einen Gottesdienst. Es ist nicht für mich, es ist für Gott, es ist eine Anbetung Gottes und damit breche ich den Sabbat nicht, obwohl ich Sabbatabend viel müder bin, wie an sonstigen Abenden manchmal. Weil der Sinn und Zweck des Sabbats ist die Anbetung, die Anerkennung, dass ich ein Geschöpf bin. Und tue ich als Geschöpf das, was Gott die Ehre bringt, handle ich in seinem Sinne zum Guten des Menschen, bete ihn an in der Versammlung mit den Anderen, aber nicht nur das, sondern besuche ich die Kranken oder helfe ihnen, ermutige sie am Sabbat, dann ist das alles im Sinne des Sabbats. Oder muss ich ihm dienen am kranken Bette, so ist das auch im Sinne des Sabbats. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht für Gott. Der Sabbat ist für uns gemacht, damit wir anerkennen, dass wir einen Schöpfer brauchen, dass wir eine Kraft brauchen, die wir vom Schöpfer holen, weil wir nur Geschöpfe sind. So Sabbat halten, es ist, um ein paar Taten zu nennen, ich habe die Seiten der positiven Seite genannt. Aber kann jemand, der Gott von Herzen dient, sagen, ich bete Gott an, indem ich Fußball spiele? Oder indem ich Volleyball spiele? Oder indem ich, ich weiß nicht was, welche große und lange Bergtour mache? Was kann ich das mit reinem Gewissen tun? Ist der Fußball eine Erfindung Gottes? Eine Erfindung des Menschen? Ist er ein Gottesdienst? Diene ich den Menschen dabei, indem ich den anderen in einer Kompetition überrumpeln will? Was tue ich? Ich will nicht sagen, dass Fußball auch während der Woche gut ist, aber vor allen Dingen ist es eine Anteiligung des Sabbatags. Weil ich bringe ja keine Anbetung Gott da durch das, was ich tue. Deshalb sollten wir schauen, wie wir mit dem Sabbat umgehen. Nicht deine Gänge gehen, du bist nur ein Geschöpf. Überhebe dich nicht über den Sabbat, tue nicht am Sabbat das, was du denkst richtig ist, sondern geh in Demut vor Gott und sag okay Herr, wie kann ich dich am besten anbeten? Wie kann ich am Sabbat dir am besten dienen? Und kein ausführlicher Katalog, aber klare Grundsätze, was für einen Sabbat richtig ist und nicht. Ich möchte den Sabbat halten, weil ich möchte es erleben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und die Speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Das ist das, was der die Folge hat, wenn wir Sabbat halten. Es gibt noch einen letzten Gedanken, den ich über den Sabbat erwähnen möchte. Es eines der schönen Gedanken, worüber ich sehr glücklich bin, dass wir ihn finden in der Heiligen Schrift. Der Sabbat ist nicht nur ein Zeichen, dass Gott unser Schöpfer ist. Der Sabbat wurde aufgrund der Erlösung zum Zeichen der Wiedererschaffung des Menschen. Schaut, das schöne finden wir beschrieben durch die Heilige Schrift kann man es finden, aber am aller einfachsten ist es beschrieben im Hebräerbrief Kapitel 4. Ich lese ab Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. So ihr seht der Sabbat Ruhe die Ruhe in der Gott einging als er den Sabbat schuf als Christus den Sabbat schuf ist wird jetzt zu einem Symbol nicht nur Symbol ein Zeichen des Eingehens in die Ruhe der Erlösung. Und an dieser Stelle wiederum sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Warum denn sollen sie nicht in meine Ruhe eingehen? Weil Gott hat sie aus Ägypten rausgeholt und führt sie nach vorne und will dass sie in die Ruhe eingehen aber sie gehen nicht in Ruhe ein weil sie ungläubig sind. Da nun noch vorbehalten bleibt dass etliche in sie eingehen sollen das heißt die Ruhe ist noch da wir sollen in sie eingehen und die welchen zuerst die Heilbotschaft verkündigt worden ist wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind so haben das Volk Israel die Ruhe des Sabbats erfahren sind sie eingegangen darin in diese Ruhe der Hebräerbrief sagt nein so bestimmt er wiederum einen Tag ein Heute in dem er nach so langer Zeit durch David sagt wie es gesagt worden ist heute wenn ihr seine Stimme hört so verstockert eure Herzen nicht denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte so würde ihm nicht danach von einem anderen Tag gesprochen sein also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbat Ruhe vorbehalten denn wer in seine Ruhe eingegangen ist der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den seinen so wollen wir denn eifrig bestrebt sein in jene Ruhe einzugehen in die Sabbat Ruhe einzugehen indem wir diesen Tag heute ernst nehmen man müsste darüber viel sprechen über diesen diese Erklärung die hier der Paulus gibt in Kapitel 3 und 4 über die Verstocktheit des Menschen wie der Mensch obwohl er auszieht aus Ägypten obwohl er Gottes Gnade annimmt aber nicht beständig bleibt sondern irgendwo im Prozess der Heiligung sich widerstrebt und dann fällt er durch den Unglauben raus in die Ruhe Gottes einzugehen deshalb sagt er so wollen wir den eifrig bestrebt seine jähre Ruhe einzugehen damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt und in Kapitel 4 in Kapitel 3 sagt er denn Vers 14 oder nehme ich noch 13 dazu ermahnt einander vielmehr jeden Tag solange es heute heißt damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde denn wir haben Anteil an Christus bekommen wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten wir gehen nicht zur Ruhe ein während des Prozesses wir gehen zur Ruhe ein wenn der Prozess der Lösung beendet ist dieser Gedanke ist mir wichtig dass wir verstehen weil er ist zeitgeschichtlich ganz entscheidend wir kennen die Prophetie und sie ist uns deutlich gemacht worden dass Gott sein Volk erst dann versiegeln kann mit dem Sabbat wenn sie so ruhen von ihren Werken wie Gott von den seinen das heißt wenn das Werk der Wiederherstellung im Menschen wieder vollbracht ist die wahre Sabbat Haltung das heißt die die wahre Erfahrung der Ruhe des Sabbats geht in ihrer Erfüllung über wenn der Mensch wiederhergestellt ist und seine Wiederherstellung ist ich bin ein Geschöpf wenn er das weiß wenn er der Sabbat wird als Zeichen der Wiederherstellung des Menschen so es gibt einen Ausblick wir halten heute den Sabbat weil wir Geschöpfe Gottes sind aber wir halten auch den Sabbat im Glauben dass wir wiederhergestellt werden um den Plan des Schöpfes zu erfüllen diese Wiederherstellung erfordert ein Leben erfordert dass wir mit Gott gehen und wenn diese Wiederherstellung erfüllt ist dann beendet Gott den großen Kampf dann kommt Christus wieder und bevor er kommt wird die letzte Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan sein hier auf dieser Welt zwischen dem wahren Sabbat und dem falschen Sabbat die einen werden alle den falschen Sabbat annehmen das Mahlzeichen des Tieres den Sonntag und die anderen werden alle die Gott treu sind den Sabbat haben den siebenten Tag der Woche und sie werden mit diesem Tag versiegelt nämlich weil sie zur Wiederherstellung gekommen sind das Sabbat hat also auch einen Ausblick nach vorne wir werden den Sabbat halten und wollen in seine Ruhe eingehen jetzt sind wir noch im Kampf unser eigenes Ich unser stolz und Egoismus betrügt uns noch und dieses muss Tag für Tag gekreuzigt und abgebaut werden bis der Heilige Geist das Leben Jesu in uns in unserem Herzen das Gesetz bis zum letzten Tüpfelchen wieder eingeschrieben hat dann gehen wir ein in die Ruhe dann werden wir eingehen in die Sabbat Ruhe weil wir sind wieder hergestellte Geschöpfe einst gefallen einst in Rebellion jetzt wieder völlig im Einklang mit dem Willen Gottes Ich finde es hoch interessant dass der letzte Kampf gerade am Sabbat stattfindet das heißt an diesem Gebot Gottes weil dieses Gebot nur dann dann wirklich gehalten werden kann wenn man ein Geschöpf ist wenn man anerkennt ich bin ein Schöpfer in der Not nach einem Schöpfer wenn man den Tag als Anbetung sieht als notwendige Anbetung nicht weil Gott es braucht sondern weil ich brauche die Anbetung ich brauche diesen Tag und dass ich nach vorne gucke und sage eines Tages ist dieser innere Kampf zwischen Gut und Böse in mir zu und dann werde ich versiegelt mit der Sabbatruhe dann kommt das Siegel Gottes dann werden wir ruhen von unseren Werken genauso wie Gott von den Seinen dann sind wir nämlich zur Vollendung gelangt dann kommt die letzte Auseinandersetzung sie wird sich an diesem an diesem einen Gebot weil dieses eine Gebot das entscheidende ist diene ich Gott oder diene ich mir selbst bin ich ein Geschöpf oder bin ich Schöpfer kann ich mich hinwegsetzen um des Friedenswillen und um den Menschenwillen oder unterstelle ich mich unter Gott auch wenn es mir eventuell dieses irdische Leben kosten sollte der Sabbat ist das tiefste Gebot aller Gebote die Gott gegeben hat weil er berührt das wo die tiefste Wunde steckt der Sünde nämlich sein zu wollen wie Gott sein zu wollen als dass man Gott ist dieses dieser Irrtum muss aus dem Geist des Menschen aus dem Herz des Menschen rausgeschrieben werden und der Sabbat wird es beweisen dass es rausgeschrieben wurde deshalb spielt der Sabbat durch die ganze Erlösungsgeschichte eine ganz besondere Rolle Nicht du sollst nicht Ehe brechen Nicht du sollst nicht stehlen Nicht du sollst nicht begehren oder Versteigen was auch immer für ein Gesetz wir nehmen Der Sabbat ist der Tag der beweist wo ich stehe in meinem Verhältnis zu Gott mehr wie alle anderen Tage weil er sagt mir ich kann nur tun heraus etwas weil ich es aus Gott tue er gibt mir den klaren das klare Verständnis ich bin ein Geschöpf deshalb wenn du siehst dass du vielleicht in einer Not bist mit dem Sabbat warum Sabbat und nicht Sabbat und wie Sabbat dann gehe und bitte Gott dass es dir klar wird weil er ist das Ende der ersten Schöpfung und er wird das Ende sein der Wiederherstellung des Menschen so wunderbar hat sich das Gott gemacht hat er sich das ausgedacht das Sabbat ein Zeichen dass ich einen Schöpfer brauche das Sabbat ein Zeichen dass ich einen Erlöser brauche der Sabbat ein Zeichen dass ich wiederhergestellt werde zu dem wozu mich Gott geschaffen hat ich möchte das in meinem Leben so erfahren ich möchte immer wissen welches meine Stellung ist in Bezug zu Gott möchte möchte mich nicht erheben als ein Schöpfer mich nicht erheben und mit Gott zu hadern und zu streiten und zu sagen warum tust du was du tust weil ich bin nur ein Geschöpf ich kann Fragen stellen aber ich bin begrenzt und ich möchte Gott als meinen Gott gern anbeten so wie ein Kind hinter seiner Mutter läuft ich möchte Gott gern haben und ihn lieben von ganzem Herzen mit allem was ich bin und habe nicht auf emotionaler Wege weil sondern auf dem Wege des Vertrauens in ihn dass ich ihn brauche er das wichtigste ist was ich habe das einzige woran ich mich wirklich festhalten kann weil ich nur ein Geschöpf bin so möge er uns des Sabbat helfen all diese Dinge bewusst zu werden und möge er uns eines Tages als Siegel in diesen letzten Tagen aufgedrückt werden dass das Werk in uns zum Abschluss gekommen ist und nun die letzten Szene der Welt Geschichte stattfinden können mit der Wiederkunft unseres Herrn Amen Amen